Da sind wir liebe Freunde, es geht weiter mit Rebirth, in Kapitel 4 sind wir glaube ich gerade in Unter-Yunon angekommen, mal gucken, oh, das ist ein fetter Fisch, holy fuck, also nach Yunon werden wir heute auf jeden Fall kommen, mal gucken, ob es noch reicht für Koster der Zoll, wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber da ist unser Freund, by the way. Oh, die mucken hier richtig auf? Die Herberge. Hallo? Silvia? Was ist das denn für ein Service hier? Entschuldigung? Möchte mich beschweren, da vorne ist keiner am Dresen. Okay. Interessiert sich anscheinend nicht so. Verschlossen. Erstmal hier so ein bisschen in den Häusern rum, ein bisschen spionieren. Ziemlich cozy hier. Ich könnte mir vorstellen, hier zu übernommen. Bye. Auf Video. Und dann, wo ist dein Chef? Nichts. Aber ich weiß nicht. So habe ich noch so, dass Du das noch mal aus und ich weiß, da bin ich da. Und ich weiß nicht. Ich kann mich noch mal aus. Ich kann mich noch mal aus. Ich kann dir dass du mal aus. Oh. Da schau mal einer an. Das lass ich doch mal mitgehen. Die Musik ist auch sehr chillig hier. Ja, schade. Tolle Herberge haben sie hier. Ich würde auch gerne hier nichtigen, aber keiner im Dresen ist. Das ist ja auch ekelhaft, so ein Makro-Reaktor direkt da im Wasser. Hey, wo war ich? Was wir mit den Waffen haben wir auch gemacht? Ja, ich glaube dann können wir einfach mal weiter gehen direkt. Könnte ich da eigentlich schon runter gehen? Erlauben wir uns. Oh, da unten liegt ne Materia. Ja. Viele Jahre vorhin war dieser Strecke der Ozean zu der Republik Junons Kapital. Eine fliegende Stadt, gebaut auf einer Flette interkontaktierten Schiffe. Wir mussten nicht leben ohne sie. Und sie machten sicher, dass wir nicht mehr können. Du musst dich in der Herberge aus, wenn du genug Informationen gesammelt hast. Ja. So musste ich einfach nur... Okay, ich musste einfach nur ein bisschen mit meinen Teammates reden. Hier geht's! Äh, wenn man sich anguckt, by the way, dass Red und Aerith, dass die schon sehr sehr happy sind mit mir. Gehe ich mal davon aus, ach ja, das war die. Gehe ich mal davon aus, dass, äh, wenn man einfach nur mit den Leuten kämpft, dass die auch automatisch dann so ein bisschen mehr zutrollig werden. Ich geh trotzdem mal zuerst hier runter. Allein schon für diese Materia. TP Boost. Oh. Das ist natürlich ein guter Feind. Wem könnte ich denn die noch geben? Wenn wir sie definitiv vertragen könnten, wäre ja Aerith. Die anderen beiden haben halt schon einen. Ich würde mal gerne sehen, wie viel dieses, dieses Ausdauer-Ding, wie viel das überhaupt ausmacht. Ach, okay. Das ist gar nicht... Ach, okay. Das ist gar nicht... Im Moment... Im Moment... Das bringt ihm gar nichts im Moment. What the fuck? Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Und es ist gar nicht mehr... Erstschlag gebe und ihr dann noch einen TP-Boost. Dann haben meine drei Hauptcharaktere, haben alle einen TP-Boost. Das ist schon mal gut. Bei ihr macht er natürlich am wenigsten aus, weil sie einfach, sie hat halt von der Basis her schon sehr wenig HP. Oder ich gebe Toxin. Moment. Dann gebe ich Toxin doch ihm und gebe ihr noch mal Erstschlag. So machen wir es dann. Ja, das sieht gut aus. Ich mag das. Oh, hier. Ein Gegner. Der Anglerkönig Sogen. Vernichten wir ihn. Vernichten wir ihn. Achja, ich habe jetzt auch diese Spezialkarte. Die sollte ich definitiv reinmachen. Jawoll. So. Das ist eine Rang-1-Karte, die nach rechts geht. Das ist eine Rang-1-Karte. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten Verbündeten-Karten steigt die Stärke um 1. Okay. Sprich, wir brauchen ganz viele Buffs. Also alles, was irgendwie bufft ist, sollten wir reinnehmen. Reduziert sich die Stärke von Verbündeten und Gegnern? Okay. Das ist reduzieren. Das wollen wir nicht. Aber hier zum Beispiel die Moose. Die haben auch einen Buff. Genauso wie die Kaktors. Das ist auch ein Buff. Das ist sehr gut. Das ist ein Debuff. Das wollen wir nicht. Okay. Ich glaube, wir haben... Ah, Moment. Hier. Kastagnette. Oh, das ist auch gut. Also, okay. Das sind alle Karten jetzt drin, die buffen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Auslese machen hier. Wir können die natürlich nicht alle behalten. Ähm... Ah, ich dehne weg. Wir haben zu viele Einser auf jeden Fall. Ähm... Ähm... Der hier ist im Prinzip ja einfach nur eine bessere Version von dem. Ja gut, der hat... Der hat einen Punkt mehr natürlich. Aber komm, dann mach ich den... Dann mach ich den Wolf noch. Okay, so. Das ist unser neues Deck, Leute. Ich bin mal gespannt, ob das so aufgeht. Eine Runde Queensblood zum Start. Ähm... Zwei Dreier sind mir ein bisschen zu viel. Oh. Und ich drücke die falsche Taste. Sehr gut. Okay, dann müssen wir jetzt einfach drauf hoffen, dass wir ein paar Rang-Einser-Karten ziehen. Weil ich kann schon mal das machen. Wow, was ist das denn für eine Karte? Okay. Ähm... Jetzt habe ich natürlich mehrere Optionen. Das coole ist... Ja, das ist gut. Ganz gut. Ich spiele voll auf Buffs. Das ist aber fies, dass der hier in meinem Feld drin ist. Aber ich kann es ihm auch gleich tun. Ja, 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 ja. Hier, zack. Jetzt bin ich auch bei dir, der Fresse. Na ja. Okay. Nee, nicht so ganz. Ah. Oh fuck. Das sieht aus, als hätten wir Gleichstand. Na, beide... Oh, er hat nen Debuff? Das ist nicht dein Ernst. Fuck. Okay, okay, okay. Dann hab ich verloren. Da hat er am Ende nochmal so nen Debuff bekommen. Scheiße. Danke, innstrom'sphenatt. 00. D-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo,導udoodoodoodoo, Oh! Oh! Ich glaube das ist sogar wirklich die smarteste Entscheidung hier. Obwohl das ein Level 2 Feld war, da lege ich da erst eine Level 1 Karte drauf. Das einfach ermächtig ist. Da, ein auf der Seite system. Aber natürlich das schon wieder daran. Aber auch nicht. Aber die meisten sind. Ah, ich glaube, das Material ist auch. Aber dacht. Der Dach. Das Gefühl. Das Problem. Scheiße man! Der hat gute Karten, richtig gute. Wieder verloren. Na gut, der Typ ist auch Rang 3, also das ergibt schon Sinn. Die Typ ist auch Rang 3, also das ergibt, ist auch ein Rang 3, also das ergibt, ist auch ein Rang 3, also das ergibt. Der kommt halt so schnell in die Mitte, das ist ein Riesenproblem. So, jetzt sollte ich direkt die Mitte da übernehmen. Das wäre ziemlich gut. Ich glaube, ich mache es mit... ... und... ... 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 Jetzt kann er nämlich unten das Feld nicht mehr bekommen. Okay, okay, das ist sehr gut. Und wenn ich das hier mache? Okay, das sollte doch jetzt ein easy win sein. Er kann nichts mehr tun. Das ist nämlich das cleverste, was ich machen kann. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh. Oh, ja, okay. Sehr schön. Bam. War nicht easy, aber wir haben es geschafft. Oh. 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 Die kann ich direkt ins Deck reinmachen. Mhm, es ist sehr interessant Herr Fischermann, aber ich muss jetzt weiter. Oh Gott, da ist ein Reaktor. Ich bin ein Fischermann. Ich bin ein Fischermann. 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 Ab in die Herberge. Und plötzlich ist jemand da. Hallo da. Hallo da. Hilfe! Somebody, bitte! Hilfe! Anybody, bitte! Da ist es, da ist es. Das sword? Du bist ein Fischermann, nicht wahr? Das war Priscilla. Und aus dem Geräusch, sie braucht ein schwerer Mann wie dich, um dich zu handeln. Wir müssen gehen! Jetzt! Da ist ein Monster attacking das Boot! Da hier! Da hier! Da hier! Quick, bitte! Hilfe! 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 prophets unstable. Warte, was? Das habe ich nicht erwartet. Hilfe! Hilfe! Geh weg! Ich kreisig! Okay, die zwei kennen sich anscheinend schon. Hey, we're coming! Hey, Shinra's most wanted. Get rid of that thing! Say what? Eret, focus! Get its attention. On it! Oh, now it's that Tifa. Ready? Come on. Ready? Ready? Got it. We'll get you out of there. Let's go! This one's for you! Get him! Try using it! Ha, a bonus! Ja. I got this! Go on! I got this! Ich muss es jetzt gehen. Einmal noch! Du hast genug? Du hast noch? Einmal! Hütt! 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 Was jetzt? Back in the water, huh? I'm feeling pretty weak. Kurz nicht aufgepasst. Ist er fertig? Kannst du das? We gotcha now! One more! Gotcha! I won't let you down! Let's do this! Let the wind caress you! Asha, it's your turn! Follow me! Lee, let's back out! Get out of here! Get out of here! Cut! Cut! Eeeh, was muss der denn? Here he comes! I got you! Ich hab' Bikinis gehört! Ja, ich, äh, ich, ich probiere, ich probiere mich zu beeilen, ja. Es ist schon noch ein Stück entfernt, aber in der nächsten, äh, Stadt müsste es eigentlich Bikinis geben, ja. Oh nein, du bist nicht! Oh wow! Ultra-Level-Ups! Hi, Defi! Willkommen! Hey, das war, das war ne Synchro-Fertigkeit mit dem Delfin. Haha! Ha, 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 ha! Nice work. Let's check on that girl, come on! I don't think she's breathing. Hey, we need help over here! Das ist ja lustig, dass das hier jetzt, äh, Yuffie ist, die quasi am ertrinken ist und nicht, äh, Priscilla. Im Original war es Priscilla, die wir auch grade kennengelernt haben. Und an dieser Stelle musste man die Mund zu Mund beatmen. Machen wir das jetzt bei Yuffie? Maybe someone should go find a doctor? There's no time! Somebody! Help! Don't just stand there, help me! You're on chest compressions. Got it. Okay, okay, okay. Okay, okay. Also eher, okay, alles klar. Okay. Okay, also wir machen die Herzmassage und so. Sie macht die Mund-zu-Mund-Beatmung. Oh, wobei, das ist auch... Okay, Alter. Okay, okay. Ich bin nicht überrascht, dass sie, äh, die Szene verändert haben. Weil ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass... Cloud hier Mund-zu-Mund-Beatmung macht bei irgendeinem kleinen Mädchen oder... Auch bei Yuffie wäre es irgendwie auch sehr... ...und der, der versucht, ihr Leben zu retten. Er war? Ach, schön, Yuffie. Schönen Sie den Mann einen Schreck, warum nicht? Ein großer Schreck! Dum, 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 dum! Äh... Ha! Okay, Yuffie. Let's get you inside. You've had a rough day. Yeah. Alright. Aber schade ist es ums Minigame, ne? Es ist ein Minigame weniger. Es gab da so ein Mund-zu-Mund-Beatmungs-Minigame, wo man quasi... ... ähm, zum richtigen Zeitpunkt halt eine Taste drücken musste... ...um möglichst viel Luft reinzublasen. Oh, jetzt. Wer ist das? Ein anderer einer meiner Gäste. Ich sehe, dass ich viel Geld bekommen habe. Das ist schon wirklich okay. Leider kein Fanservice für die, ähm, für die Cloud-Yuffie-Shipper. Hallo, Dashie. Vielen Dank, ihr Leute. Das waren einige lustige Geräte. Diese Frau ist sicherlich etwas, nicht wahr? So, das heißt, wir bekommen jetzt auch Yuffie als Team-Mate dazu. Das ist natürlich auch cool. Die kennen wir ja schon von dem DLC, den ich vor kurzem gespielt habe. Oh, Alter. Naruto-Ninja-Run. Oh, hey, ihr seid das Avalanche-Splinter-Cell, oder? Jetzt, wie in der Hölle hast du... Ich muss nur sagen, ich bin großartig, großartig Fan von dir. H.Q. wünscht, dass sie so cool wie ihr euch seid. Oh, ja. Wir sind ziemlich cool, aber... Ich glaube, wir können uns mit einem Chat-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later-Later. Ich mag, dass sie Yuffie auch sehr kindlich gehalten haben. Das ist jetzt nicht irgendwie plötzlich so, keine Ahnung, so super cool und mega erwachsen ist. Lass uns sehen, was heute passiert ist. Hey, wenn es nicht die Heroin der Stunde ist. Ich habe gehört, was du für diese Mädchen hast. Vielen Dank. Dein Tag ist bei uns. Wir haben uns gehalten. Es ist das Leid, was wir für dich tun können. Jetzt... Okay. So muss das. So muss das. Können wir fünf machen? Fünf Räume umsonst? Der hat gerade die ganze Herberge einfach umsonst hergegeben oder was? Hi, Fussel. Okay, also die haben sonst überhaupt nicht viele Gäste. Jetzt kommen zum ersten Mal nach langer Zeit wieder so viele Gäste herbei. Und das erste, was er tut ist, dass er seine... ...Zimmer einfach kostenlos hergibt. Wie lief Eden gestern? Äh, ja, Phase 1 jetzt, glaube ich. So gut wie durch. Und, äh, mal gucken. Morgen dann wahrscheinlich mal Phase 2 sehen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich bin ja gespannt. Oh, guck mal. Barret hat jetzt auch den grünen Smiley. Cool. Obwohl... Obwohl wir mit ihm noch nicht so viel gemacht haben, äh... ...was Kämpfe anbelangt. Also, okay, anscheinend machen die Kämpfe dann nicht so extrem viel aus. Das finde ich aber auch gut. Wäre schade, wenn ich halt nur Affinity sammle mit, äh... ...mit Ariz und Red. Oh, wer ist das denn? Mit wem redet sie da? Oh. Hm. Red? Ich dachte, es war jemand anderes. Hä? Nein. Ich werde deinen Officer klären. Der Rest der Patrouille ist nur so unerwaltbar. Das war nicht die Stimme von Red. Aber garantiert nicht. Komm her. Komm her. Ich weiß nicht über dich, aber es fühlt sich, wie wir immer auf dem Weg sind. Wie mit Midgars in der Geschichte. Ich weiß nicht, wie meine Mutter und Marlene sind. Homesick? Nein. Keine Zeit für das. Nicht mit Sephiroth. Hm. Also, ein bisschen random, aber... ...do du erinnerst von der ersten Mal, dass wir uns treffen? Du hast eine flower in meine Gesichter. Es heißt, ein Gift, Cloud. Ich sah es, du kennst. In einem Vase, in 7. Heaven. Und ich wirklich wundere, du bist derjenest. Du bist derjenest. Hey, ich meine... Du wirst immer wissen. Einige Tipps? Never re-gift a present von einer Frau. Especially, wenn du es nur für eine andere. Notiert. Wasser unter der Brücke. Aber nächste Mal. Oh. Oh. Where do you think those guys in black went? We should have seen them by now. Yes. This town reeks of fish and brine. Should Shinra come calling, I doubt I'll smell them till it's too late. We'll manage. It feels like I have fish bones in my nose. Äh. Moment. Wo ist tiefer? Ist die oben? Wieso kriegt tiefer denn das VIP-Zimmer in dem... Im zweiten Stock? Was ist das denn hier? Oder hier ist das eine leere Zimmer. Oh. Oh. Perfect timing. I was... Just about to come find you. Yeah. I... You. Oh. 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 Okay. Come in. I should have never doubted you. It's fine. I never should have doubted you either. Say. Do you remember a guy named Emilio? From Nibelheim? Yeah. The general store kid? Yeah. Anyway, he left the village right before you did. Thought I'd never see him again. Then one day last year, he shows up at 7th Heaven. I couldn't believe my eyes. He was all... grown up. Didn't even recognize him at first. Really? Yeah. And what's more, the woman who walked in with him was stunning. Like... She could have been a model and... You were... Not interested, are you? Not really. But I'm happy to listen. So... Go ahead. It's okay. Forget it. No. 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 No, it wasn't. I... Why didn't I... I guess it was, huh? I'm sorry. It's fine. We'll find time to talk. Just the two of us. Figure things out. Just be ready to spill your guts, huh? Huh? With my iron stomach? Nice. Uh... Achja, da war noch was. Hahaha. Think I'll turn in early tonight. Hahaha. Ach man. Hier noch irgendwas neues? Ne. Hahaha. Aber das geht nicht, man. Das geht nicht. Tifa ist für mich immer... Friendzoned. Sie ist einfach Kindheitsfreundin. Das soll nicht mehr gehen. Christmas practitioner. Yeah. And that's Sidney. Haha. Aha! Jawoll, man... So is... So reicht das auch, man. Haha. Vorm Schlafen geht immer noch mal so ein kurzes Workout, ja wohl. Dann schläft man auch viel besser. Ähm, hallo, das ist mein Zimmer. Entschuldigung. Wutai? Fussel, du hast keine Ahnung, du hast das Spiel gar nicht gespielt. Deine Meinung zählt nicht. Ich habe das einfach nicht verstanden, aber ihr wisst es. Ha. 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 Außerdem unser wahres Spirit Animal ist Barret. Aber das ist etwas, was wir machen. Ich bin hier. Assassination? Yes! Just spit it out already. Who else but a certain company's new president, Rufus Freakin' Shinra! That crazy or what? And that douchebag will be here any minute now. Up there here anyway. Enjoying his fancy inauguration parade. These people had their country stolen from them, and then their sunlight. Junon demands revenge. So when the president steps out... Oh, wow. Tell us more. Okay. You wanna know how Ronda's planning on paying me? With your bounty suckers. What? Wow, gotta hand it to her. The lady works fast. Well, this was fun. See ya. I know you're in there, my friend. For me is this rose. Oh, dying. She'll get your top side. Ah, shit. You don't wanna make me come in there and meet you. Because I would love to do it. Who's that? A pain in the ass. Let's go. Ah, shit. Er war ja klar, dass er wieder kommt. What light from yonder balcony breaks? Come on down and say hello. Ahhhh. Wenn's sein muss. Yeah, chill. Ich bin doch schon am laufen. Oh, ich sollte vorher noch einen Moment. Ihre neue Waffe. Die Kaiserinnenwache. Yukok. Yukok, genau. Und das ist ein hübscher Stab. Äh, schützender Magiekreis. Erzeugt einen Magiekreis, der den eigenen Angriff stärkt und Zaubernde in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. Oh. Das klingt gut. Innerhalb des Magiekreises Gegner mit normalen Angriffen niederstrecken. Oh. Uh, okay. Beschleunigt MP Regeneration? Hm. Das klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Oh, okay. Oh, okay. No comment. No comment. No comment. Junge, shut up. So bin ich doch. Absintheit macht sicherlich das Herz größer, mein Freund. Ha, ha, ha. Zudem zu spielen, um es zu holen. Na, ich habe Nachrichten für dich, junger Mann. Oh. 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. It only takes two to tango. Besides, you and I like to go big. And a venue this small just won't do. But no need to worry. I found the perfect stage. The city above where we can dance up a storm. Sing me out and we'll put our last performance to shame. With a show none shall ever forget. Ha, 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 ha. Du hast einige wehrte Freunde, Mann. Wir wollen vielleicht über das hier rauskommen. Diese Leute brauchen nicht mehr Probleme. Yuffie sagte, zu Priscilla zu sprechen, wenn wir zu Topside kommen wollten, richtig? Lass uns sie finden. Danke, dass wir mit diesem Schimpern-Nut-Job beschäftigen. An dieser Stelle hat man nämlich den Delfin von Priscilla benutzt, um quasi uns nach oben katapultieren zu lassen. Soll es nicht viel, aber es ist dein. Was soll das sein? Your Bounty. Part von es, in Ordnung. Du denkst, dass ich dich durch die Ringer wie das, ohne es zu verdienen? Wir sind auf der gleichen Seite. Wir haben immer. Und was, wenn Biker-Boi uns in nahe? Dann hätte ich mich überprüfen, aber ich habe nicht, weil es alles funktioniert. Oh, neue Aufträge. Oh, neue Aufträge. Ich weiß nicht, dass ich nichts besser machen kann. Ich glaube, dass ich dich durch die Arbeit kann? Die Ringer der Bounty. Ich brauche es zu einem anderen. Ich habe bereits einen Porter gekauft, auch. Das hier ist Salmon. Als er derjenige, der sich die Ringer macht, ist es dein Job, um ihn zu Hause zu holen. Es scheint nicht zu viel, aber... aber wer genau das Geld ist? Mein Kind. Ich habe ihn nicht gesehen, seit er zu Hause ist. Und nie wieder nachdenke. Das gilt mir, dass ich meine Hände aus ihm洗igte. Er ist ein junger Mann. Er kann nicht auf seine Mutter schlafen. Oder ihr Buch. Der Krowsnest. Der Mann hat sich nicht zu leben, unter diesem Stil. Und meine Hand, ich glaube. Ah, das ist das, wo ich gestern hinwollte. Wo die mich nicht reingelassen haben. Jetzt können wir da rein. Das ist gut. Ja, viele Sachen sind anders übersetzt hier. Du hältst mein Junge sicher. Die Inauguration-Parade... Teilweise ja auch die Namen. Also der Name von Locke. Also dieser Motorrad-Typ, der ist im Englischen Roche. Also teilweise sind die einfach anders übersetzt, weil... Keine Ahnung, weil sie denken, das wäre stimmiger oder so. Frosch-Party. Auftraggeber der Oberfrosch. Quark, 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 Quark? Quark. Quarkakak. Quark, Quark, Quark. Quark, Quark, Quark. Okay, das klingt doch auf jeden Fall für eine Aufgabe für uns. Ja. Das klingt nach einer Aufgabe für uns. Ist genau mein Ding. Ja, mir ist egal, wer du bist. Lass uns spielen. Du, 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 du. Genau, jetzt haben wir das Feed, das hat nämlich auch einen Buff. Das ist auch nur eine gute Karte. Ah, das ist Rang 2. Den Sturmgeierlisten da weg. Ah, ja. Probieren wir es mal so. 1, 1, 1, 2, 2. Das sieht doch gut aus. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vermisse ich teilweise sehr stark Ok, ich mach's mal so Ok, ich mach's mal so Fünf Reihen? Wie kommst du auf fünf Reihen? Sieht man da irgendwo fünf Reihen am Anfang? Ist das echt so? Ich hab nie drauf geachtet Ich hoffe nicht Oh je Nein, Mann Klauen wir immer die Mitte so schnell Dreckigen Dreckige Leute sind das Ach, das meinst du? Nee, das ist einfach nur das Ich hab jetzt kein gutes Beispiel, aber Dass du, also Wenn die Karte zum Beispiel in der obersten Reihe halt noch was hat Und ich leg die hier unten hin Dann hat das ja quasi Wirkung auf oben Und umgekehrt, wenn in der untersten Reihe was ist Und ich leg die ganz oben hin Dann treff ich halt die unterste Reihe Deswegen sind da fünf Mann, ich werd doch schon wieder komplett ver- Ich, ich muss, ich muss Wir müssen wieder schneller in die Mitte kommen Das ist das, was mich immer so ein bisschen vernichtet Wenn der Gegner irgendwie so ultra schnell einfach In die Mitte kommt Na, fuck So, was ist denn eigentlich Warte, gibt's da Shiba? Oh, es gibt Shiba als Preis Holy fuck Was ist das denn für eine Ability? Die Captured gar nix Und da steht Es erscheinen Diamantstaubkarten Auf eigenen unbesetzten Feldern Okay Das klingt ja random Ja, wo ist das Problem? Warte mal Ich muss Ja, es sind halt echt Also Das Problem bei diesen ganzen Einserkarten ist Das ist die Einserkarten Die haben alle keine Diagonalen Das ist halt mies Also am besten kämpft man sich ganz schnell nach vorne In die zweite Reihe Und dann muss man irgendwie Diagonal was mit einem Zweier Capturen Ich bin momentan auch viel zu viel auf diese Buffs aus Die lohnt sich halt nur so richtig Wenn ich halt letztendlich den Hier den bekomme Die Chance ist natürlich auch nicht immer so hoch Vielleicht schmeiße ich den Pudding nochmal raus Nehmen noch irgendwas mit Was nach vorne geht Vielleicht auch wirklich wieder so ein Zweier So ein Typ Okay Lassen wir das probieren Ja Ja Es ist Also ich finde Shiva natürlich toll Aber Auf so RNG-Kacke Habe ich eigentlich gar keine Lust Ich bin momentan Ich bin felt Ich bin biraz Ich bin Das zum Beispiel ist jetzt super gut. Guck mal wie geil diese Kombination ist. Hier ein 1er hin, damit das direkt Level 2 ist und dann hier eine Diagonale legen, dass man hier auch direkt Level 2 legen kann und dann kann ich das hier drauf croppen, also wieder ein 2er, der auch wieder diagonal geht und dann bin ich direkt in der Mitte. Das Problem ist, er ist jetzt auch schon in der Mitte. Und wenn er jetzt da vorne was hinlegt, dann okay. Hat er aber nicht. Finde ich gut. Bam. Das hier ist die Macht der Mitte, man. Die Macht der Mitte. Einfach mega gut. Das hier ist die Macht der Mitte. So. Oh, das ist gemein. Gemein, aber gut. Ich könnte das machen. Ja, machen wir auch. Oh, jetzt hat er nochmal die 2 bekommen. Oh, scheiße. Gerade so fürs Endgame wäre halt wirklich auch eine Karte gut in 2 Feldern nach rechts kommt. Weil ich glaube, es gibt keine einzige Karte in meinem Deck, die sowas kann. Also, dass wenn ich die quasi hier hinlege, dass das Feld dann nochmal umgeswitcht wird. Also, wenn er jetzt da oben eine Karte hinlegt, die 2 hat, habe ich verloren. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ja, das war ja. Äh, äh. Lass nochmal gucken hier. 2 Felder nach vorne. Gibt es eine Karte, die das macht? Nee. Keine einzige. Hm. Du, 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 du. So muss ich das machen. Ich glaube ich spielen. Ja, also wenn er zum Beispiel irgendwo weit vorne ist, dann muss meine höchste Priorität sein, dass ich dieses Feld, was er gerade eingenommen hat, dass ich das wieder umswitche. Sprich, das würde ich jetzt machen, indem ich das Vieh hier hinlege. Ich könnte auch das machen, aber dann hat er halt die Chance, wenn er jetzt da oben wieder was hinlegt, also in der Mitte ganz oben, dann würde er das mittlere Feld halt für sich wieder umswitchen. Deswegen mache ich das, dann kann er das nicht tun. So, und jetzt kann ich nämlich von hier aus, kann ich die Sachen capturen. So, er hat jetzt, er hat keine Möglichkeit, das jetzt in der Mitte zu übernehmen. Das geht einfach nicht. Und ich kann jetzt von der Mitte aus, kann ich halt sein Feld rechts wieder umswitchen. Ja, okay, jetzt. Ich kriege langsam so die Tricks raus. Wenn ich das jetzt so lege, dann kann er das Feld unten rechts von mir, kann er wieder übernehmen. Habe ich eine bessere Option? Ja, das war klar. Aber, ich kann das Feld jetzt wieder umswitchen. Die Sache ist, er hat da eine Zweier in der Mitte. Theoretisch kann das auch wieder diagonal irgendwas übernehmen. Okay, tut es aber nicht. What the? Äh, der hat gerade meine Karte zerstört. Was ist das denn für ein Monster, Alter? Die Stärke von gegenseitigen Karten auf diesem Effekt betroffenen Feld reduziert sich um drei. Das heißt, wenn eine Karte auf null Stärke fällt, verschwindet sie vom Feld? Oh, das ist gut zu wissen. Das ist ja scheiße. Ich kann jetzt nur drauf hoffen, dass meine Buffs ausreichen, um ihn zu schlagen. Okay. Das war hart, ey. Das Match war hart. Isabella, Kompliment, Hut ab. Gut gespielt. Aber dafür haben wir jetzt, äh, tiefer wollte ich sagen, what the fuck. Shiva. Unsere zweite legendäre Karte. Die war Level 4. Oh, ich dachte, die wäre auch Level 3. Okay, das erklärt's. Okay, also die war richtig hardcore. Ich habe jetzt voll Bock, diese Shiva-Karte auszuprobieren. Würde mich halt interessieren, was das, ähm, wie, wie das genau passiert mit diesen random Tokens, die sich da dann auf das Feld legen. Oh, hey, ihr Leute! Wir haben mit Yuffie gesprochen. Sie sagte, dass du uns einen Weg zeigen würdest, um aufzuprobieren zu können. Natürlich, ich wäre glücklich. Obwohl, Yuffie ist derjenige, der es gefunden hat. Und, wie sie, der Tanker ist der schnellste und einfachste Weg in die Stadt. Und, wie sie, der Tanker ist der Kontrollstuhl. So, wir können dieses Schiff als Elevator repurposieren. Und, wie sie, der Tanker ist und sie wieder zurückkommt. Okay. Das Problem ist, wie müssen wir die Kontrollstuhl kommen? Mit dem Delphin? Ja, es sollte nur sagen, kein Klammung. So, we're stuck. Not with Mr. Dolphin. You wouldn't believe what he can do. Like? Like when we met. See, I was out taking a swim all on my lonesome. At least I thought I was alone. But then, squeak, squeak! I hear this funny noise. That's great and all, but we're in a hurry. Hey! We're sorry, really. But we'll make sure to come back as soon as we're done. You can finish your story then. How does that sound? Okay, promise. Never done it before? My arm, your arm, bam! Oh, gotcha. Awesome! Alright, then. Now what? Now, we ask Mr. Dolphin to get you up. With his help, it'll be a cinch. Okay, which one of you wants to go flying? I got you written all over it, Merc. I guess it's me. Great. Just let me know, when you're ready to go. Okay, okay, Moment. Just let me know, okay? Okay. We should have never let them build a reactor in our waters. We should have never let them build a reactor in our waters. Special delivery! Come on in! I guess there's some kind of inauguration parade going on up top. War ich schon mal da oben? Oh, anscheinend nicht. Da ist nämlich noch ein Gegner. Let's go. Oh mein Gott, bei einer Niederlage muss ich 3 Gil bezahlen. So, ich will auf jeden Fall Shiba ausprobieren. Das sieht mega cool aus. Ich habe leider die Befürchtung, dass sie nicht besonders gut zu spielen ist, aber mal gucken. Jetzt mache ich den weg. So, dann. Oh Gott. Äh, nee. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was tauschen hier. Ich mag den Zauberpot, aber... Ja. Na komm. Bitte gib mir einen Einer. Okay, sehr gut. Ich mache den Zauberpot. Sehr gut. Ich darf den eigentlich, ich darf den nicht meiner, das Ding da oben umlegen lassen. Dann halt so. Wenn er sich jetzt nicht irgendwie rettet, da in der Mitte, dann, ja, okay. Aber trotzdem bin ich jetzt unten in seinem Face. Pfff, Stärke 10. Okay. Das, äh, ist viel. Okay, erstmal, erstmal dieses Feld da unten übernehmen, dass der nichts mehr machen kann. Wenn er jetzt nicht eine Debuff-Karte hat, ne hat er nicht, okay. Ich glaube, das können wir schaffen. Wenn ich aus dem Zweier noch eine 3 machen könnte, wäre das super. Aber das schaffe ich nicht. So, ich kann das machen, dann wandle ich das da unten nochmal in Zweier um. Oder ich spiele die und wandle das in Zweier um. Da ist Shiva, oh Gott, das ist jetzt... Wenn ich Shiva lege und sie gibt mir auf das letzte Feld, was ich habe, eine 4 oder eine 6 habe ich gewonnen. Wenn es aber eine 2 ist, habe ich verloren. Das ist super ARG, Alter. Okay. Let's go. Es waren zwei. Ach! Wegen den Buffs gewinne ich aber trotzdem. Oh, nice! Okay, okay. Alter, die Buff-Strat. Nicht schlecht, aber nächstes. Ach, gegen den auch noch, hm? Okay. Na gut. Mein Deck macht Spaß, weil es so viele verschiedene Effekte hat schon, aber... Ob es wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Fuck! Okay. Das war's. 1 Hmm. Ah, dass der halt direkt schon da vorne was legen kann jetzt. Das ist mies. Weiche. Oh ja, Moment. Ich glaube, ich kann das relativ safe umgehen. Mach mal hier so. Wenn er es jetzt umwandelt, kann ich es nochmal zurück umwandeln. Oh, oder er vernichtet einfach meine Karte da oben. Alter, du Bastard. Ach, ist das ein... Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. So, jetzt habe ich den da, aber ein bisschen... Oh, das ist ja super strange da. Okay, scheiß auf die obere Reihe. Wir müssen einfach nur die unteren gewinnen. Scheiß auf die obere Reihe. Oh, das hat er nochmal. Bam. Take this. 17 Punkte in der mittleren Reihe. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt trotzdem verloren, weil er... Ja, er hat 19. Fuck, Mann. Das war ja fies, dass der direkt da oben so durchgemarschiert ist. Dieses Mal ist wahrscheinlich... Oh, Mann. Das war ja. Das war's. Okay. 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 Oh mein Gott, er ist komplett vernichtet. Okay, komplett vernichtet. Er kann nix mehr tun. Schön Zeit lassen hier. Und du hast ein Ja zusammen. GZ, Mann. Vielen, vielen Dank. Ein Ja-Subscriber schon. Nice. Das gelbe Lichtschwert freigeschaltet. Superschön. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support von dir. Und willkommen natürlich. Ah, okay. Da wollte ich auch noch mal gucken, ob das jetzt... Ich war mir gerade nämlich nicht sicher. Okay. Die Buffs sind immer nur für verbündete Karten. Okay, also ich kann nicht... Ich hatte Angst, dass wenn ich hier vorne eine Buff-Karte hinlege, dass das auch für den Gegner zählt. Aber das ist nicht so. Sehr nice. Was ist gleich wieder los? Hey. Ich bin trotzdem dankbar. Umso geiler ist es, dass du dir trotzdem noch die Zeit nimmst, einfach mal Hallo zu sagen. Also ich finde das sehr sympathisch und sehr nett. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt mache ich gleich den Strick zu. Achtung, jetzt hier nochmal eine Buff-Karte. Und da oben lege ich jetzt Schieber hin. Bam. Uh. Hahaha. Ey, ich mag Schieber. Ich mag Schieber. Klar, ein bisschen RNG ist es schon. Aber im Prinzip spiele ich die so als Finisher quasi. So ganz am Ende, um nochmal die letzten Felder so aufzufüllen. Ein Ogre. Oh. Oh. Oh, der ist gut. Oh, der ist sehr gut, Leute. Das ist eine super Karte. Ich bin ziemlich sicher, was das Problem war, wenn wir verloren haben. Du hast uns vielleicht gewonnen. Also, wenn du immer in der Mood... Du-du-du-du-du-dup. Du-du-du-dup. Gut, diese. Gut, diese. Gut, diese. Herr Sonic. Ich habe Informationen, die vielleicht interessiert werden. Ein talented Spieler mit dem Namen Cameron... ... ist in der Krowsnest zu suchen. Ich glaube, dass du ihn findest. Vielleicht sollte du ihn auswählen. Vielleicht solltest du ihn suchen. Perfekt, da wollte ich ja sowieso hin. Super. Oh ja, die Karte ist mega gut, Leute. Ohne Witz, die passt super gut in mein Deck. Das ist genau so eine, die ich die ganze Zeit haben wollte. Öl, Gold, Wind, Wind. Wobei... ... habe ich die Felder vertauscht? Wir gucken gleich nochmal, wenn ich da drüben bin, bei dem anderen... ... äh, bei der anderen Location. Da, 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 da... ... und du-du-du-du... ... du-du-du-du... ... du-du-du... ... du-du-du-du... ... du-du-du-du... ... du-du-du... ... so, Sidequests machen. Dann, äh, die Waffe von... ... äh, die Waffenfertigkeit von Aerith auf jeden Fall noch kriegen. Sollte nicht so schwer sein, wenn ich... ... genau weiß, was ich machen muss. Du-du-du-du-du-du-du-du-du... ... sowieso das Waffenfertigkeiten lernen, die... ... in diesem Spiel hier ist so viel entspannter als bei Remake. Die Sachen sind weniger kompliziert und... ... man braucht auch weniger. Ah, da ist der Hund. Wau, wau. Auf geht's. Wau. Wau. Auf geht's Scholle. Wau. 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 Wir sind zusammen. Geh es. Auf Wiedersehen. Nichts worry. Der Plan ist... Dieser ist für dich! Ich denke, wir sind fast fertig. Junge, das macht ja richtig viel Damage. Wow. Er ist jetzt plötzlich unser krasser Damage-Dealer. Einfach mit normalem Angriff. Wah, 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 wah. ja, wah, wah, wah. Ja, ja, wah, wah, wah. Das war's für heute. Der nervt mich ziemlich sehr. Aber ich muss ihn. Wissen Sie, wie viele Eltern ihre Kinder aus dem Nest verhindern? Sie sagen, es ist zu schnell oder sie sind nicht bereit. Jep. Stimme ich voll zu. Ich weiß nicht, ob ich sie kann, wenn die Zeit kommt. Vielleicht werde ich Panik. Geh in der Weg. Hold her down. All to keep her safe. Oh, Marlene. Ich weiß, dass du mein Babygirl für immer. Das Gerät. Take it together. Leave it to me. Then take this. Man, dieses Wegkusten, das nervt Ultra. Ich will doch nur meine Ability lernen. Ich werde meine Ability lernen. Weiterscholle, let's go Scholle, let's go Scholle, let's go Scholle, du bist ein krasser Hund, deine Nase ist so gut. Guck, Scholle, du läufst wie der Wind, oh ja. Guck, Scholle, Guck, Scholle, das weiß jedes Kind, oh ja. Wie weit denn noch? Der fühlt mich doch im Kreis hier, der verarscht mich doch. Böhm, Scholle, 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 Scholle! Geh'em! 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 Oh! Oh! Oh shit! Wer seid ihr denn? Kennen wir die schon? Ne! Die sind neu! Negative Zustandsveränderung Versteinerung! Ist mir ein Begriff! Leider! Leider, leider ist mir das ein Begriff! So, Wind ist gut! Halt! Gäste! Geh'em! Gäste! 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 Lute! Ja... Ja! Gäste! I'll show you what I can do. Get him! Can you take over for me? Get him! I'm down with you! Keep going in. Got it? Here. Did that hurt? Don't let us. You ready? Keep it together. I'll take care of them. I think we're almost done. Cut! That's that. Get him! Here it comes! Ah! It's so schwer, Sachen mit ihr zu finishen. You'll be blown away! And catch! That'll do! You okay? You okay? You okay? Enjoy the way! Wow 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 wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Oh Gott ich glaube wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Oh. I can make ends meet on my own. Who are they, Dylan? Friends of yours? Claire, what are you doing out of bed? You know you need to stay off your feet. I know you came all this way, but I can't accept that. Just make sure Sam gets home safe for me. You really are your mother's kid. Got her stubbornness and everything. Have it your way? Why don't you hang on to it? This is a fortune. If you really don't want it, I'll take it off your hands. But as a parent, I'm sure you'll want to give your kid the best life you can. And in my experience, that don't come cheap. Think it over. That's true. We'll take it. Dylster, what's looking for you, dude? Toby. Sorry, got a little tied up. Hang on. Aren't these guys with Avalanche? Rhonda said I might run into you. Avalanche? Wait, you mean they're the ones who blew up those reactors? The superstars themselves. I just want to say it is such an honor to meet you. Actually, while you're here, think I could ask you for a favor? Seeing as Dylan's, uh, situation seems to be taken care of. Yep. It's all good. Excellent. In that case, why don't we step into my office for a chat? Right this way. I'm happy, we were able to change you. It feels like this little one brought us together. But 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 you're literally there's something else. When I saw you on the news, I was blown away. Man sieht halt quasi viel mehr von seiner väterlichen Seite auch. Und ich finde das super cool. Oh, der Segen des Planeten ist schon wieder gemerkt. Upsi. Dann machen wir, äh, ein paar Gnaden des Planeten daraus. Dann machen wir, äh, ein paar Gnaden des Planeten daraus. 1, 2, 3, 1, . 3, 4, 3, C- rejected person. Well, der Segen des Planeten daraus. So, here's the situation. There's this big lighthouse down by the cape. Und jemanden, die sich der Murk von Junon nennt, hat es verändert, um ihre Gelegenheit oder was? Kyrie. Oh, sind sie ein Freund von deinem Freund? Sort of. Was sind die Chance? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass der Glück uns zusammengebracht hat. Anyway, dieser Ort hat eine kürzische Sicht. Wir sind immer da oben da und einfach chill. Aber es ist zu gefährlich, mit all den Monstern around, und dieser Murk hat nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht, dass du mir ein Gerät und das Murk hast, um uns zu helfen. Die Lichter ist vorne, direkt auf der Kabe. Wahrscheinlich, es hat sich geholfen, in den Republiken, aber das war, wie lange vor. Anyway, es ist super aus der Weg und mit Monstern schlägt. Wer denkt, dass die Kunden kommen, ist aus ihrer Gelegenheit. Ja, du bist der Beste. Du kennst, ich wusste, dass ich dich vermieden könnte. Also, du kannst du helfen, oder ich? Du kannst du Probleme ausfüllen. Ich glaube, das macht mich der größte Kandidatin. Ich bin ein Knicker. Wenn du eine Chance hast, du musst auch nach der Helle gehen. Du kannst sogar eine Glimpse auf den großen Kondor sehen, wenn du Glück bist. Wenn du solche Sachen möchtest. Big Sniffer. Ich verstehe, dass wir ganz neu zu den CAS sind. Aber es wird schnell getrennt. Na ja, du hast es besser getrennt. Wo ist der beste Ort, um eine Posten zu stellen? Ich bin, Dorian. Repräsentativ der Piano-Altrieche-Assoziation. Es ist mein Gehör, die der Musik aus der Page werden. Okay. Lernen wir jetzt unser erstes Klavierstück. Notenplätter für dein Klavierspiel. Okay. Okay. Du erhältst eine Belohnung, wenn du Rang A erreichst. Wir haben zu großen Längen, um unsere... ...schuld du auf ein Stück in deinen Reisen stehlen? Wähle zunächst durch Drücken von Blah ein Notenblatt aus. Nun kannst du dieses Stück spielen. Ah, okay. On our way. Charakterwechsel. Geht das auch? Okay, okay. Volle Konzentration. Ich weiß nicht, worauf ich achten muss. Ah, okay. Ah, okay. 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 Es ist schwierig, die richtige Richtung zu drücken, irgendwie, mit dem Stick. Was? Was? Ach so, das schaltet automatisch um, ach so, okay, das schaltet automatisch um zwischen Halbtönen und so. Ach so, okay, okay, okay. Ich war verwirrt, warum das manchmal so schwarz aussieht. Das ist, weil das automatisch die Töne wechselt. Okay, das war richtig mies. Das können wir besser. Okay. Nochmal. Okay, okay. Ich muss mich besser hinsetzen dafür. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war doch schon besser, oder? Wir sehen eine leichte Steigerung Ah, fast Ich will es, ich will es Ich muss es haben, ich brauche es Ich brauche es Für meinen Stolz Wenn wir jetzt vier Stunden hier rumsetzen, ist mir egal Wir brauchen S Wir sind S-Rang Gamers Ich will es, ich will es Ich will es, ich will es, ich will es Ich will es, ich will es, ich will es, ich will es Ich will es, ich will es, ich will es Ich will es, ich will es, ich will es, ich will es Achtung, Achtung, Achtung Das ist, ich will es, 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 ich will es Ich finde es teilweise sogar angenehmer. Ich glaube, ich nehme so eine mittlere Tempo oder so. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer, wenn es ein bisschen schneller ist. Das macht mir das Timing so ein bisschen einfacher. Vielleicht überschätze ich mich auch gerade extrem. Das kann auch sein. Aber wir machen mal, probieren mal zweites Tempo. Ich finde das viel angenehmer. Ich finde das viel angenehmer. Ach komm, was? Ich habe nicht dahin gedrückt. Ach, manchmal macht der Stick scheiße. Ich schwöre es euch. Der Stick macht manchmal wilde Sachen. Aber ja, das ist angenehmer, ohne Witz. Das Langsame, das ist so, dann überlege ich die ganze Zeit, okay, ich muss warten, bis ich drücke. Und hier kann ich einfach drücken, wenn ich sehe. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiß PS5-Controller Ich schwöre euch, der PS4-Controller war besser Ähm Äh 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 Gibt es das nicht als Einstellung? Äh Das ist schade Das ist sehr schade Also ich habe anscheinend ein Problem, wenn ich nach rechts mit dem Controller drücke, dass der irgendwie ganz kurz links registriert Das ist ein bisschen doof Es ist halt immer genau an der gleichen Stelle auch Egal Dann müssen wir es halt irgendwie, keine Ahnung Irgendwie muss das ja gehen Aber das ist echt diese eine Stelle, die irgendwie Erst rechts und dann links und er registriert irgendwie dann direkt links Und dann müssen wir es halt irgendwie ganz kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Stopp! Eine richtig miese Position für die Dreierkarte. Okay, jetzt kann er wenigstens nichts mehr legen. Ich muss jetzt drauf hoffen, dass ich eine Einer krieg. Tue ich nicht. Oh fuck. Das war ein richtig mieses Spiel. Da hat gar nichts funktioniert. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, wenn ich irgendwie diese 3er-Karte da unten, äh nicht Karte, wenn ich das 3er-Ding da unten irgendwie entfernen könnte, wäre das so geil. Eventuell, ja gut, wenn er jetzt, wenn er da unten jetzt eine Karte hinlegt, dann, ich hab die Chance, dass ich das da unten, aber mal gucken, ob er den dummen Fehler macht. Wenn er jetzt oben rechts was hinlegt, ist er richtig dumm. Ja, okay, okay, schade. Nicht dumm genug. Aber das müsste ich eigentlich gewinnen jetzt. Es lief diesmal ein bisschen besser als vorhin. Okay. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du Das war's für heute. Wien! Ein Brandgardist. Oh wow, was ist das denn? Oh wow, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? Okay Neil, okay, danke. Ja, interessiert uns alle extrem viel, ja. Das ist super. Claire ist wirklich Glück. Nehme ich auch gerne mal mit für 100. Ein Wachmacher. Von diesen Zustand Veränderungs-Heilmitteln habe ich immer gerne 5 dabei. So für den Fall der Fälle. Glücksbooster. Der ist ziemlich gut auf so Charakteren wie Tifa zum Beispiel, weil Glück erhöht die kritische Trefferchance. Oh, neue Booster-Packs. Let's go, Alter. Booster-Packs, Booster-Packs. So, was haben wir denn hier noch? Konterschaden in Offensivhaltung ist nicht verkehrt. Nahkampfklänge. Ich will probieren, so ein bisschen mehr diese Synchroaktion auch zu benutzen. Weil ich glaube, wenn man sich quasi auf die konzentriert, kann man wirklich sehr gut die ATB-Leisten von den Charakteren, die man nicht gerade kontrolliert, auch erhöhen. Gibt eh sonst nix ultra tolles hier. Mein Konterschaden ist okay. So, Edithu. Magische Abwehr um 35 ist ne Menge. Erhöht magische Attacke. Okay, da muss ich gar nicht überlegen. Okay. Noch mehr Damage. MP um 3 ist ziemlich kacke. Ich glaube, ich probiere das hier zu bekommen nochmal. Ähm, das wird den Elementarschaden um 3% erhöhen. Im Moment wird das noch nicht so viel ausmachen, aber später ist das ganz nice eigentlich. Das hier wird auch fett. Dass der Magiekreis noch länger da bleibt. Der ist wieso schon recht lange da? Äh, Red. Äh, wahrscheinlich nehme ich doppelt Held besser. Phantombis. Jo, ich glaube, dann gönne ich mir die zwei... Synchroaktionen hier. Was war das? Dauernde Rächerhaltung. Mehr Synchro. Mehr Synchro braucht das Land. Barrett. Schulterschuss. Mit den Mädels. oder... Cloud und Red. Dann nehmen wir einfach beide. Erhöht. Erhöht im Kampf empfangene TP-Heileffekte um 10%. Das ist auch... Nicht viel gehört. Gerade mit ihm als Tank. Tifa. Leibwache. Das kennen wir ja schon. Ja, da kann sie quasi einen der Tanks herbeirufen. Um einen, äh... eine Attacke quasi zu kontern. Reduziert den ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeiten. Das nehmen wir. Äh... Synchroaktionen mit Cloud und Aerith. Das nehme ich auch. Jetzt habe ich noch 5 Punkte, die ich wahrscheinlich nicht ausgeben kann. Für irgendwas Gutes. Speicheln wir uns erstmal. Okay. Wir haben übrigens immer noch nicht Yuffie im Team. Wird mir gerade nochmal so bewusst. So. Chatley ist da irgendwo links. Aber mit dem muss ich ja auch nicht reden im Moment. Hier ist ein schwarzes Brett. Da wollen wir auf jeden Fall mal gucken. Was ist denn hier noch so schönes? Wir trauen vom freien Himmel. Okay. Sie suchen nach einer Condor-Dame. So, da oben ist noch ein Queensblood-Gegner. So. Hallo da, alle. Hallo. Hallo da, alle. Mein Name ist Mikaela. Und ich bin ein stolzer Mitglied der CAS. Unsere Ziel sind, die Bewusstsein über... Aber wir glauben, es ist unser bestes Schuss, um Shinra zu entsprechen. Was sagst du? Ja. Ja. Ich sage ja. Was für eine Cutter haben wir bekommen? Achso, die ganzen Booster-Dinge. Ach du Scheiße. Ich sage ja. Ich sage ja. Ich sage ja. Ich glaube halt, dass ich keine Karten gebrauchen kann, die überhaupt nichts capturen. Die finde ich halt richtig kacke. Produziert. Also wirklich was Tolles war der jetzt aber nicht dabei bei den Boostern. Das ist eine Dreierkarte, die gut ist, wenn sie ganz vorne ist. Aber ich muss sagen, also die Dreier, die habe ich oft nur in der zweiten oder sogar ersten Reihe. Das heißt, so richtig toll... Ich bleibe einfach mal erstmal bei meinem Deck, was wir die ganze Zeit hatten. Shiva... Shiva kann ich am Anfang gar nicht gebrauchen. Deswegen tausche ich die mal weg. Okay. Jetzt.. Ich hab's ein Baby-Babam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. Ich habe einen Tast Mail-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. erst drei. Das ist so mehr oder weniger der Standard hier. Ich habe gerade aber keinen Lack hier mit den Karten. Brauch einser. Hat er gerade seine eigenen Karten zerstört? Oh? Ich kann nichts machen, weil ich keine Einser-Karte habe. Wie unlucky ist das denn? Ich habe, glaube ich, jede meiner zwei. Was? Junge, was ist das denn? Ist das hier Exodia? Was ist das denn für Bullshit? Fucking Exodia. Was sind das für Karten? Stop. Ich habe, glaube ich, die Variante. Ich habe wieder gezentigt. Ich habe, glaube ich, eine Z-T-T-T-T mit dem Kartenpezur zu gucken. Ich habe eher die F-T-T-T-T-T. Ich habe die Z-T-T-T-T. Und zwar nur für wunderschön. Wie lange, wie lange, man? Ich habe hier mit dem Karten, die H-T acceptiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Also ich habe 16, er hat 7. Ja, okay. Unglaublich. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er zerstört irgendwie seine eigenen Karten, aber dann ist es dann, dann geht irgendwie das Spiel zu Ende, I don't know. Was ist das für ein Strat, Mann? Oh, wow, okay. Gut, jetzt kann ich nichts mehr setzen. Ich kann nicht, ich brauche einen Einser. We did it. Keine Ahnung, also ich habe das Deck von diesem Spieler irgendwie nicht so ganz verstanden. Super strange. Sehr selbstzerstörerisch irgendwie. So, da unten ist noch dieser komische Champion. Den besiegen wir auch mal schnell. Dann bin ich ja gespannt. Zeig mir den wahren Spirit. Mitgard Sormair. Bei Zerstörung von Verbündeten und Gegnerischen Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um eins. Ich glaube, mit dem mache ich dann ein zweites Deck. So ein Debuff-Deck. Das könnte lustig werden. Dann würde ich in der Zeit. So ein Punkt wäre. Das kann ich noch nicht sehen. Schön. So ein paar 46-Denäarentz. Okay. Das ist ein paar Dabuff-Deck-Deck. So ein Punkt ist. So ein paar Dabuff-Deck-Deck-Deck. So ein paar Dabuff-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck. So ein paar Dabuff-Deck-Deck-Deck. So ein paar Dabuff-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck-Deck. Okay. Das ist voll okay. Dafür, dass er mir den True Spirit zeigen will, hier auf Queen's Blood, hat er bisher noch nichts Überragendes gemacht. Im Gegenteil, das war einer der leichtesten bisher. Guck mal, ich kann jetzt hier einfach den Finisher machen und hier Schieber hinlegen. Das ist der Finishing-Buch. Ah! H Reverb. Das ist falsch. Das ist Johnson, das ist falsch. Junge. Jetzt wird's richtig Yu-Gi-Oh! mal mit Schattenreich und so. Jede Trading Card Game Anime Storyline ever. Ich kann's kaum erwarten, mein Leben für dieses Spiel aufs Spiel zu setzen und meine Seele zu verkaufen. Ich muss ihnen erzählen, dass sie nur die Schreckliche Wahrheit über die Königin blöde wissen. Okay. Okay. Okay, were you granted a transcendent vision as I too was you look as though you've just seen a ghost Saying that I'm reminded of the story of Lidrel Balmon the creator of Queen's Blood Balmon? Oh Balmon After he started selling cards he spoke of hearing a strange voice He then withdrew from the public eye and became a recluse. No one saw him again until his death There's no shortage of people who've had their lives turned upside down by the cards Just goes to show what a deep and captivating game it is Indeed, this match of ours stands as proof of that truth as well, I believe Thank you for this experience Blutgetreuer, Alter Richtig edgy Ich bin jetzt ein Blutgetreuer, Mann Ist das da hinten? Ist das? Okay Ist das Ford Condor dahin? Mit dem Ei obendrauf? Was ist das? Was könnte es sein? Ich weiß nicht, ob es von der Entfernung her stimmt. Äh, genau, ich will hier, da. Oh, Moment, hier ist, wait. Hier ist Phönix. Phönix, äh! Phönix, äh! Phönix, äh! Phönix, äh! Was? Was? Hä? Wo? Was? Hä? Wo? Warte, was? Ist das... Das ist unterirdisch. Oh, what the fuck? Ich muss irgendwie nach unten kommen. Ja, das ist irgendwie unter uns. Irgendwo muss es hier einen Höhleneingang oder sowas geben. Um... 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 weiterhüft. It's not really a danger to people, but its hunger can drive it to haunt larger prey. Let's just hope it never develops a taste for us. Surely you've seen our newsletter, haven't you? It's filled with fun facts about our beloved bird. I'm quite proud of it. Sir, I don't think the condor's going to show today. Maybe we should head back. No, let's wait a little longer, lad. That bird's got me a bit worried. Haven't seen it in a fair while now. I wonder if we should have given it something to eat after all. Perhaps. I put a post up on the notice board asking for help, but... Well, if you're still looking for volunteers, we'd be more than happy to help. Well, far be it for me to turn down such an offer. It's a grand old bird. Makes its nest in a small island just a stone's throw from here. Even saved my life back when I was a lad. If you can believe it. The condor was looking out for me that day, so I thought I should start looking out for it. Keep tabs on its well-being and whatnot. It's a proud creature, a hunter at heart. We've tried to feed it before, but it seems to prefer catching its own prey. If something smelled enticing enough, though, it might be moved to come and take a closer look, I suspect. Back during the war, I was running from some Shinra troopers, when one of them got me in the back. I fell to the ground. I thought I was done for, until that bird snatched me up and flew me to the next town over. I sometimes wonder if it mistook me for its supper. I never managed to regain the use of my legs, unfortunately. But I feel my spirit sore when I watch that condor fly. I may be stuck here, but at least they're still free. Thank you. I appreciate it. One of the condor's favorite hunting spots is in the woods nearby. You'll need a chocobo that can manage the climb to get there. It's pretty tough. And then I'm standing here and I'm just looking at the view. It's just a nice atmosphere, the whole world here. Tja... Wie komme ich da zu dieser... Das ist so verrückt irgendwie, dass da... Das muss ja irgendwie unterirdisch sein. Vielleicht ist hier unten irgendwo... Eine Möglichkeit. Oh mein Gott, du kannst da nicht drüber? Bitte. Bitte. Oh... Oh... Also, wenn's auf jeden Fall... Wenn's in die Richtung nach oben geht, ja? Hier geht's nach oben. Kann ich vielleicht hier runter gehen? Irgendwo einen Weg entdecken? Ah, guck mal da. Genau das wollte ich haben. Führe mich. Praise the Phoenix. Damit ist Phoenix jetzt auch auf dem höchsten Level, glaube ich. Sehr gut. Oh, okay. Phoenix Schrein Gamma. Well done. You've located and analyzed all the crystals in the Junon region. Thanks to you. Phoenix's flames will no doubt be that much more radiant. Jagd Nummer 4. Es wird Zeit, unseren Kumpel zu rufen. Ich liebe das, dass ich im Rennen einfach weiterrennen kann und trotzdem aufsteige. Es ist so cool. Dass man einfach nicht anhalten muss dafür. Richtig nice. Hier haben wir noch eine nette Bank. Also dann suchen wir mal unser nächstes Jagdziel. Das müsste hier irgendwo sein. Aber nicht die, oder? Oh, doch. Okay. Genau die. Genau die sind's. Ein Orkangreif. Nein, Freunde. Nicht ein Orkangreif, sondern ein Orkangreif. Okay. Nutze die elementare Schwäche des Orkangreifs aus. Okay, also einfach nur Wind. Und dann ist er schockanfällig. Wie sie immer. Orkangreif. 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 Oh Gott, greif. Und. Häng. So. Das ist einfach nur noch schön. Ich komme. Er kommt. No mercy, Alter. No mercy. Einfach weiter drauf. Einfach weiter Wind drauf. No mercy. die hohen Wind. Oh Gott. Alle Entscheidungen sind fertig. Wir haben viele neue Daten Danke dir! Ich kann meine sehr Wolle, ich kann meine wöchentliche Vibrationen nutzen. Ahem. Wie? Sooooooooooooooooooo! Haha haha. Alright Mai. Du hast noch Spaß gemacht. Jetzt. Deinem Anfang der Träumf hat mir gefordert einen neuen Kombaten Drei. Und das fremd. Mayayayayay! Mayayayay. Ahhhh. Dann würde ich was sagen, ich gehe jetzt erst mal hier hin. Was the fuck, ne Kuh? Oh, okay. Ugh. There goes the Condor's dinner. Maybe we can track it's end. Please! Wo ist Kuh? Wo ist Kuh? Da ist Kuh. Die ist doch genau, da bin ich doch gerade lang gelaufen. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Vor allem, wie schnell ist denn die Kuh? Die schnellste Kuh aller Zeiten. Wie kannst du nur diese arme Kuh bedrohen? Du Unholz. Don't overdo it. Here goes. Nice. Fertigkeit gemeistert. Um. Entschuldigung. Das war meine Kuh. Entschuldigung. Meine Kuh. Das war meine Kuh bedrohode. Gehen wir jetzt dahin, wo ich letztes Mal war und dachte mir so, okay, da müsste irgendwas sein, aber hier ist nix. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir gehen da schnurstracks drauf zu. Ah, nee, doch nicht. Es geht wieder runter. Ah, jetzt geht's wieder hoch. Wie fliegt denn dieses Drachenvieh? Das klingt immer nicht gut. Mystischer Drachenvieh. Mystischer Drachenvieh. Das ist es! Das ist es richtig. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Cut! Du kannst es sehen. Neh, mehr magik. Hey! Der ist stärker als er aussieht. Wie viel ab hier hat der denn? Der ist stärker als er. Das war's. 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 Das Fleisch des Ungeheuers. Ich glaube nicht, dass der Kondor das Gemüse fressen will, oder? Ja, und die Kuh und das Gemüse, das lassen wir jetzt hier. Okay. Oh, you're back You can put the food right over there Thank you I've never seen meat of that particular color Are you sure it's safe for condor consumption? Keine Ahnung Also wenn ich ehrlich sein soll, keine Ahnung Das muss der condor wissen Gotta say, it's kinda nice Looking up and seeing a blue sky It's a steel one, that's for sure Though at least with the steel sky you know your limits Out here, it's endless I kinda get what Aerith was saying now Yeah, maybe Hey, look Ich hoffe, der Blitz ist aus Der Blitz war an by the way So, snap any good shots? I hope so It just showed up I could barely hold my camera and Really? Couldn't tell from a shot like this Ah Well, I haven't looked this happy since I was a lad But it's precious moments like these that make condor watching so exhilarating You never know what to expect Well, scouts, let's finish writing up today's report and start preparing for our next fateful encounter Sir And hopefully next time we'll be able to snap a clear picture of that bird Sir Miss I'd like you to have this As a souvenir Gutes Kondo-Foto Ich find die Sidequests auch richtig cool gemacht Wirklich Ich muss das nochmal vergleichen jetzt mit FF16 Da waren halt viele Sidequests einfach nur so ein bisschen Keine Ahnung Geh da hin, bring mir hier die drei Kräuter und komm da wieder zurück Oder gehe hier hin und töte die zwei Viecher und komm wieder zurück Keine Ahnung Und das hier ist so richtig schön So muss das halt sein Dass jede Sidequests auch wirklich so eine kleine Story hat Und einfach so ein bisschen Ich weiß nicht Die Charaktere nochmal so ein bisschen Miteinander interagieren lassen Und sowas Das ist schön Sehr schön Sehr schön Umso mehr habe ich den Eindruck Dass FF16 irgendwie so eine Art Also um es ganz böse zu sagen Fast schon so eine Art Beta war für dieses Spiel Aber naja Dann gehen wir mal da unten hin Oh Wait a second Und Ich stüffel was Bestimmt hier drüben Jupp Jupp Red auf dem Schokobo ist so lustig, ja, stimme ich definitiv zu. Ich hatte gestern auch, gestern stand ich da irgendwie rum und ließ mich irgendwie berieselt von irgendwelchen Dialogen oder so und es war so lustig, weil wir hatten direkt, also Eris auf ihrem Schokobo, die ja so richtig ladylike da drauf sitzt, so seitlich auch, nicht irgendwie breitbeinig und direkt neben ihr halt Red 13. Einfach so geil aussieht, Leute. By the way, für alle Leute, die das gestern nicht mitbekommen haben, hier ist die coole Referenz für Ford Condor im Originalspiel. Sie haben es nicht komplett rausgenommen, es ist noch da. Und ich finde es sehr, sehr lustig auch. Die Prinzessin war, wunderschöne, wunderschöne Prinzessin. Ich finde es halt so cool, dass die Figuren hier genauso aussehen, wie damals ihre Playstation-1-Polygon-Man-Leiter. Ja, so richtig cool. So, was haben wir denn dieses Mal? GIGA-Kanonenturm. Alter, GIGA. Wir haben drei rote. Okay, dann wollen wir... Als Held nehmen wir dann... Das ist ein stärker bei denen. Die haben viele Fliegende. Also ich nehme, ich nehme Cloud und Barret dann. So, hier nehmen wir wieder ausbalanciert, weil alle anderen, haben wir ja schon festgestellt, sind irgendwie kacki. Let's do it. Okay, es geht los mit was Neutralem rechts und dann was Grünes links. Also mache ich hier links was Rotes hin und rechts mache ich irgendwas Gutes hin. Was ist das überhaupt für ein Vieh, was da kommt? Das sieht irgendwie sehr, sehr böse aus. Ich mache mal was Blaues, weil ich damit hier auch Cloud rufen kann. Ja, der sieht sehr gefährlich aus, der Typ. Hier machen wir den Elite-Stürmer. Am besten so direkt einen Heiler dazu. Auf beiden Seiten. Die Heiler sind super mächtig. Die machen sehr viel aus. Oh. Aber wenn der GIGA-Kanonenturm natürlich so weit schießen kann, dann ist das nochmal was anderes. GIGA-GIGA-Ultra-Kanonenturm auf Doom. So, das spawnen jetzt zwei Blaue. Dann warte ich jetzt hier auf meinen Grün. Ich mache den auch relativ weit nach links. Damit er nicht ins Target kommt vom... Okay. Der Kanonenturm hat einfach eine richtig fette Range. Das ist echt mies. Okay, wir sind aber... Also, wir sind hier gut dabei, da rechts auch. Sehr schön. Ich mache dann noch einen Verteidiger dazu. So, jetzt gehen wir leider links ein bisschen ein. Wenn ich jetzt hier ganz schnell noch einen Verteidiger dazu mache, kann ich Cloud beschwören. Bäm. So, jetzt sollte ich mich auf Grün konzentrieren. Dann kriegen wir Barrett auch noch einen. Ich glaube, wir haben schon gewonnen. Du bist ja auch nicht. Oh mein Gott, was macht er jetzt? What the fuck? Do it, do it, do it. Okay. Hat er am Ende nochmal irgend so was richtig Krankes gemacht, wo er ultra viel Damage gemacht hat. Jetzt ist er der Dämonenkönig natürlich. Okay, es gibt also noch was. Es ist noch nicht vorbei. Das Polygon-Pieße von Shit. Talk about a dick move. Da hinten ist der Kondo. Jetzt zockt er auf seinem Ei. Wie cool das ist, aus der Entfernung das zu sehen. Die sind. Das war das. Ich glaube, das war. Ich glaube, das Wicht der Wicht der Baut mich zur Hohjo-Service. Und das Wicht, wenn jemand endlich kam und mich frei hat. Es ist kein Verzweck, dass er ein Symbol von Hope ist. Even so, we can't just abandon those guys. Never mind the protorelic. Right. Speaking of which, I've reacquired a signal. Send us the coordinates. De-de-de-de-de-dee-dee-dee. Wisst ihr, wo das ist? Da, wo wir gestern waren. Wo dieses Zelt aufgebaut war. Wo ich meinte, hier ist bestimmt nachher noch irgendein Wett. Das ist genau, das ist genau der Ort. Bevor wir aber das machen, würde ich gerne da vorne das machen. Oh, die Brücke sieht aber nicht sehr safe aus. Einmal kurz ausruhen. Lalalalalalalalalala Huhuhu? Ein Huhuhu! Huhuhu! Schnell! Ein Huhu! Huhuhu! Where is? Where is Huhu? Ah, da. Ich sehe schon. What? Oh, oh! Bing-bing-bing-bing-bing. Oh! Oh, der Gedankenschinder. Okay. Ein mächtiger neuer Gegner. Das ist wahrscheinlich der Überboss hier. In diesem Gebiet. Ich bin gespannt. Ah, hier ist Fotospot. Schön, oder? Ich bin gespannt. Na, ich guck mal noch schnell, ob irgendwo auf dem Schiff noch was ist. Vielleicht ne kleine Truhe. Ein paar Materialien. Ey, ich hab gerade echt wegen der Perspektive, hab ich echt das Gefühl, dass mich irgendwas nach links zieht. Das ist super strange. Ich brauch wieder mehr Salbei auf jeden Fall. Okay. Ich glaub wir gehen einfach zu Fuß. Ich glaub wir gehen nicht zu Fuß. Das ist doch mal sehr extravagant hier. Ich weiß nicht. Sie haben sicherlich ihre Energie in den Promotionen. Sie werden sehr glückliches hören. Los geht's. Oh, zwei Mega-Tränke. Das ist gut. Der Reihe hier ist im Sonderangebot. Für 800? Ich mein 800 ist nicht viel, aber bei wem würde das überhaupt gut kommen? Eigentlich nur viel tiefer. So richtig lohnt sich das nicht. Okay, scheiß drauf. Ja. 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 Hoppen, Schack toes. Gib Machin. Ja. Oha. Ja. Ich bin all diese Arbeit für uns, aber wir haben einen einzigen Kunden gebracht. Und wenn wir einen wirklich schnell nicht bekommen, dein CEO und PR-Head ist so gut wie getan. Aber es geht nicht darum, ich habe meine kreativen Fähigkeiten gearbeitet und habe das gemacht. Was zum Teufel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was haben wir hier gemacht? Ich bin sicher, dass dein aggressive Advertising nichts zu tun hat. Bitte, Cloud, du musst mir helfen. Nach dem Grund, niemand weiß, wie ein Mörg zu holen. Also, du kannst dich selbst. Du bist ein Pro, oder? Komm, nicht so, keine Worte. Oh, ich werde dir das auch noch ein paar. Toll. Die Musik, Alter. Die Musik, Alter. Wow, wow, yeah. Gotta go for it now! Don't worry, my planet's got us. Mine's backing off of it. Get them! These losers ought to be easy pickings for a mark with you. That's it! I think we're almost done. Verdammt. Sie vernichtet alles. Ich glaube wir sind fast fertig. Wir haben das. Ich habe deine Nummer. Ich bin dein Freund. Du 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 du. Na verstehe. Also ich gehe jetzt einfach hin und mache zum Beispiel Eis auf das Fide. Und jetzt ist er Eis okay. Jetzt mache ich Feuer. Jetzt mache ich Feuer. Jetzt wird er Feuer. Und jetzt machen wir Eis. Ich bin dein Freund. 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 Ich bin glücklich, dass du etwas gelernt hast. Oh, gut. Ich glaube, ich muss einfach nur kurz kaufen. Und rausklappen. Auf jeden Fall. Ich spiele es. Aber ich bin sicher, dass du es von hier nehmen kannst. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Region. Nehm ich mal an. Willst du mit Mama gehen? Komm schon. Du weißt, was du machst. Okay, später. Ich würde sie nicht wünschen. Ich wünsche sie auf meinen Schmerz. Du und ich beide. Meine Mannschaft! Ich sehe die Monstern. Ich sehe die Mannschaften. Ich bin deinem Weg. Ich kann mich aber nicht überraschieren. Es sieht aus, dass ich nichts überraschiert habe. Ich sollte mich überraschieren. Ich sollte wissen, dass Avalanche sein könnte. Ich sollte mich überraschieren. Was ist das Merk? Sie hat mich überraschiert. Dem ist ein Schokobot. Er hat eine Sonnenbrille an, genau wie er. Die Käppi und die Sonnenbrille. Oh je. So, ist hier noch irgendwas? Glaube nicht. Ne. Okay. In dem Fall. Gibt es nur noch diesen krassen Boss. Und... Achso, natürlich. Genau. Natürlich hier. Das Fort Condor Finale. Was will ich denn zuerst machen? Ich finde es irgendwie cooler, so zum Abschluss von dem Gebiet immer die... den letzten Kampf da zu machen, glaube ich. Dann machen wir hier erstmal das Fort Condor Dings. Ja. 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 Da unten sehe ich schon Hasen. Ja. 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 Da ist was verbuddelt. Ja. 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 Ganz ruhig. Wieso Gilgamesh? Es ist doch der Dämonenkönig, Leute. Im Moment ist es der Dämonenkönig, ja? Es ist nicht Gilgamesh, es ist nicht der Oberst und nicht die Prinzessin. Es ist, äh, es ist ganz klar der Dämonenkönig. So. Ähm. Komplett ausgeglichen. Uh. Ja, gut. Der Dämonenkönig fliegt. Oh. Oder? Weiß es nicht. Also er kann auf jeden Fall Fliegende angreifen. Ach, oder ist er einfach nur... Der Turm quasi. Kann das sein. Äh, ich mach einfach hier... Wir kriegen das schon hin. Was sieht denn aus, als könnte es fliegen? Die... Die Wyvern? Achso, ja. Da ist ja auch ein Symbol. Genau. Okay, also die Wyvern kann fliegen. Ansonsten... ...hat ja jetzt aber nix, was da irgendwie... Ne, alles andere ist auf dem Boden. Okay. Ähm. Dann nehm ich glaube ich... Cloud und tiefer. Let's go! So, es geht direkt rechts los mit Blau. Boah, der... Auch direkt ein Heiler. Heiler. So, und dann kommt links... ...kommt grün. Ich Elite stürme... Und heile. So. Ah, der hat so einen Wachhund. Der automatisch durchrennt durch meine Reihen. Nervig. So, rechts ist jetzt ein Blauer. Da brauchen wir grün. Hier rechts sieht besser aus als links. Gibt er die Tischhütze noch dazu? Oh, das ist jetzt schlecht, weil die Wyvern rechts ist. Ah, das ist fies. Ich hab jetzt keine Fernangreifer, die da rechts übernehmen können. Das ist doof. So, jetzt aber. Okay. Let's go. Let's go. Pusht. 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 Ja. Nee, ist schon klar. Ich beeile mich ja. Ich beeile mich. Yo, Stürmer. So, jetzt ist tiefer nämlich auch da. Dieser blöde Hund. Ah, fuck. Tötet ihn schnell. Tötet den Hund. Okay, perfekt. Jetzt schnell tiefer da rein. Großes Boom. Let's go. Das war's. Stirb. Stürb, Dämonenkönig. Stürb, Dämonenkönig. Stürb, Dämonenkönig. Der wechselt sein Element quasi. Oh, fuck. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ah, Mist. Das ist ja Gimmicky hier. Okay. Dann nochmal, dann nochmal. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon eine Sache, die ich besser machen kann. Durch Zeitlimit sterben, ey. Das ist ja kein Geld. Das ist mal eine Sache. Das ist immer wieder auf jeden Fall. Also, ich bin hier ein Rad zu erinnern. Doch, ich versuche ein... Unum, das ist schon ein Rad zu erinnern. Ja, ich bin hier ein Rad zu erinnern. Ich bin hier schon 다�uernd nicht. Und ja, das war, dass man so ein Rad zu erinnern kann. Ja, das war dann auch ein Rad zu erinnern. Wir sind hier ein Rad zu erinnern. Nee, kein Rad zu erinnern. Das war's. Okay. Ja, es kommt rechts nämlich die Wübern. Da stelle ich den direkt... Ich warte sogar auf den Elite-Schützen. So, jetzt haben wir was, dass die Wübern bekämpfen können. So, links ist auch okay. 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 Was hab ich denn noch an Elite. Routen. Ich kann halt hier direkt tiefer da. Ja komm, ich brauch den Speed. Ja, ich kann hier. Mann, dann kannst du dir halt Stopp und So ein Arsch Ja, sie one-shotted er Ey, was soll ich machen? Okay, ähm Vielleicht muss ich ja doch mal diese Artillerie einsetzen Oder ich scheiße wirklich auf eine Seite und gehe in die andere Seite einfach komplett rein Mit Offensiv habe ich halt noch einen dritten Heiler Das wäre vielleicht fürs Ende ganz gut Aber ich habe keinen Elite-Verteidiger Stattdessen eine Steinschleuder Wisst ihr was? So, für den letzten Fight wir lernen jetzt mal mit dem Offensiven umzugehen Weil eigentlich muss ich nur rausfinden, wo ich die Steinschleuder hinsetzen kann damit die gut ist Wenn ich das schaffe ist eigentlich alles schon gelöst Okay, jetzt geht's das Okay, jetzt geht's Jetzt geht's Zastung Meist Äh, ich kann mir Das war's. Was passiert, wenn ich hier eine Steinschleude hinmache? Trifft die irgendwas? Oder nicht? War das jetzt voll für den Arsch? War voll für den Arsch. War das jetzt voll für den Arsch? Das war's für heute. Okay, das war schonmal scheiße. Ich krieg das, ich krieg das noch raus. 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 Trifft die jetzt? Nee. Sag mal, ich verstehe die Steinschleudern nicht. Die zielen doch komplett random. Keine Ahnung, gell. Wo soll ich die denn hinstellen, damit die treffen? Ich glaube, ich muss die, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Barrett ist quasi ein Hyrule. Vielleicht mache ich Barrett. Okay, lass mal so probieren. Das ist härter als erwartet. Das Zeit Limit ist ja das größte Problem. Ansonsten wäre es easy. Ich kriege ich die. Das war's. 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 Und da links. Das war's. 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 Okay, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. We did it. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. This war's. Das war's. Oh, okay. Das war's. Okay. 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 So, okay. Jetzt kann ich da. Okay. Ach, jetzt kann man das nochmal. Okay, jetzt kann man nochmal jede Mission spielen mit Missionsmodus anscheinend. Und ich kann aber auch direkt hierhin teleportieren, ja? Ja, okay. Ja, dann lass erstmal die Jagd hier machen. Bing, bang, bung. Bing, bang, bing, bung. Jö. Jetzt ist nicht raus. Let's fight. Beware, Cloud. You've entered the Mind Flayer's natural habitat. There's still much we don't know about this creature. So make sure you are well prepared before proceeding. Ich mein, was kann so ein Gedankenschinder schon machen, hä? Wie sieht's denn eigentlich aus bei uns? Uns geht's ja. Uns geht's ist sehr gut. Ausrüstung ist auch gut. Haben wir eigentlich schon irgendwelche Materia, die langsam... Oh ja, Heilen ist schon bei Level 3. Halt die Fresse mal, ist echt so, Mann. Schnauze! Okay, let's do it. Komm raus, du Vieh. Uh, Palloskate! Let us begin. Mind Flayer detected in the vicinity. So, okay, wirksam, nix. Leichtresistent, alles. Verursere Schaden mit Synchro-Fertigkeiten, um ihn mit einem Schlag schockanfällig zu machen. Der Schaden, die die Beans-Brahms als Teil des Experimenten verbreitet. Sie sind auf! Jetzt! Sie sind mit mir! Sie finden die Affinity für Magik, und ihre Prefereinung für die Geistensensprache zu nehmen. Findet ihr ein kredites in dieser Assertion. Das ist genug für unsere Circus. Bitte, bitte, Sie sehen uns auf einmal. Tentacles! 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 Wir lieben die Tentacles! Tentacles zum Frühstück, Tentacles zum Abendbrot. Tentacles, die sind so toll, ich mag sie so gern. Tentacles zum Frühstück, Tentacles zum Frühstück-Tospiel. Oh Gott, seid ihr bereit? Dasnahnend Tue du 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 so wie sie so aus hier mit Zünkro oh ein bisschen mit Red betreffend noch eines Blanken Horror wieso Ich fühle mich doch nun ich fühle mich selbst dann müssen wir leider doch mal heilen Sünko! Jetzt, mach das! Geh es, es ist auf dich. Ich zeige dir, was ich kann. Nein, ich kann nicht gegen dich sein. Wie schockiert. Wie ist das? Wie ist das? So, Synchro. Mit Cloud. Kann ich mit ihm auch beschwören? Oh, die Texturen da auf den Steinen. What the fuck? So, Synchro. Blütensturm. Was ist das? Warte. Okay. Okay. Ähm. Fair. Fair. Fair auf jeden Fall, ja. Sehr fair. Meine Gedanken wurden geschunden. HHT und... Ne, das ist, äh... Das ist der DLC für Ballist G3. Das ist der DLC für Ballist G3. Das ist der DLC für Ballist G3. Oh mein Gott. Er sagt... Das ist der DLC für Ballist G3. 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 Du bist der DLC für Ballist G3. Mit mir. Du bist eine gute Arbeit. SYNCHRO So, eins mit ihm, eins mit Iris Im Prinzip So, sie macht Warum eigentlich nicht, den Schützen nochmal Kreis auf Kreis Cloud ist kampfunfähig, das ist wunderschön Und wir sind zurück Langer Tentakel So, wir brauchen etwas hier Wir brauchen etwas, etwas hier Schock Sicher klauen Doppelfeurer Doppelfeurer Mutangriff Get fired up A bonus I Ready, win Go for it You're just warming up Ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Du bist auf! Los geht's! Mach dein Ding! Das ist es! Erekt. Hier ist er! Hier kommt er! Das ist es! Das ist es! Guck dir! Deal! Waffe es mir! Verbal Laser Okay Die haben Friendship geändert, sodass die Leute jetzt merken, dass sie verzaubert wurden? So müsste es eigentlich auch sein, also ist es glaube ich auch in D&D normalerweise. Hero 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 Junon Fertig Wir haben es geschafft, Leute. Region 2 ist beendet. Naja, mehr oder weniger, also es gibt noch diese optionale Dings da. Genau, diese Protosubstanz, äh, Missionen gibt es noch. Ich guck vielleicht mal, ich guck mal schnell rein. Ich guck mal rein, was das so ist, also was das, was das genau bedeutet. Das ist ja anscheinend irgendwie schwerer. Und dann gibt es noch die eine, genau, es gibt noch eine Kampfmission in der, äh, im VR-Gedöns. Aber das ist ja auch nichts super interessantes. Im Missionsmodus übernimmst du die Führung einer demoralisierten Kondo-Armee. Die Kampfkraft der Schindler-Truppen ist unverändert, aber deine Einheiten sind demotiviert und erschöpft, was deine Aufgabe erheblich erschwert. Okay, also wie im echten Leben. Verstehe. Das ist ja großartig. Äh, wie viel schwerer kann das sein? Mal ganz ehrlich. Ich bin mir sicher, so schlimm ist es nicht. Ich bin mir sicher, so schlimm ist es nicht. Ich bin mir sicher, weshalb aus demge-Armee Council easiest illegal. Ich bin mir sicher, dass ich ohnegli Essentially in Mitta Fr FRED voi pas kamen. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Okay, easy, easy, demoralisiert my ass. Was ist denn das hier eigentlich, Auftrag des Oberfroschs? Hab ich das fertig gemacht? Ist das beendet? Glaube ja. Gut, aber auf jeden Fall, was unter Junon auch anbelangt, sind wir ja auch durch. Da gibt's jetzt eigentlich nix mehr. Let's move on. Ja, anstatt groß nach Junon zu kommen und vielleicht sogar nach Costa del Sol, haben wir im Prinzip wieder den kompletten Tag damit verbracht, Missionen hier in der Region zu machen. Und ich bereue nichts. Äh, wie komme ich denn? Stalling? Stalling? Stalling, das ist hier, das ist hier Premium Content, okay? Hey, what were you thinking, sending Sam back alone like that? He even need us in the first place? Your mother'd give Stamp a run for his money. So, how's my son? Seem okay? Yeah. You're gonna stand there and pretend this wasn't all about Claire and her bun in the oven? Apple didn't fall far from this stubborn ass tree. That's for damn sure. Wouldn't know about that. And if you're done making wisecracks, I've got work to do. Wie komme ich denn da hin? What the fuck? Hier. Oh? Achso, ja, ich hab dein Foto gemacht. Geil, neuer Fotofilter. Yes. Foto-Amateur. Yes. Episch. Ah, hier ist noch lang. Oh, es ist wirklich ein Frosch. What the fuck? Ribbit? Oh! Oh, hello? Hey, what do you think you're doing here? This is a no grown-up zone. Get lost! Okay. You're a kid? Well, duh. It's just how this place is. I don't know if it's because of the reactor out there or what, but hanging out here turns you into a frog. Hey, Finn. Who are they? Not Shinra, I hope. Oh, no. We're definitely not. Oh, wait. You must be the ones Priscilla was talking about. She told me how you saved her. Right. That's us. We're friends. Are you a friend of hers, too? We're friends, but it's not like I like her or anything. It's just, there aren't a lot of other kids in the village, so I basically had to be your friend. Of course. So what are you kids doing all the way down here? Uh, playing jump frog, obviously. Actually, we could use a couple more players. Since you're here, do you want to give it a try? Ah! Help us! Hm. Come on, Cloud. Ribbit? Jeeva. I tried to warn you. Like I said, hanging out here turns you into a frog. But don't worry. All you gotta do is start thinking like a frog. And you'll be fine. Ribbit, ribbit. Ribbit. Okay. We're done. Let's go. Let's go. Ich werde total vernichtet, man. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Nice, man. Bester Frosch ever. Ich find's cool, wie Red 13 hat, ein roter Frosch ist einfach. Let's go. Oh, ist das Aerith? Ein sehr hübscher. Oh. Oh, guck mal, wir züngeln. Alter, Cloud und Aerith züngeln. Let's go, man. Das wollte die Fanbase schon seit Ewigkeiten sehen. Heute habt ihr es hier auf meinem Stream live erlebt. So, ready to play? Come on. I love it, I promise. Ribbit? Ribbit. Okay, here are the rules. Knallfrosch. Okay, Hindernissen ausweichen. Ja, okay. Springe mit Kreis. Hechte mit A2. Okay, ja. Alter, Fallgeist oder was? Junge. Genauso wie im Chat. Ja, genauso. Genauso. Hier, Fallgeist-Game. Ist halt echt Fallgeist. Hier, Fallgeist. Hier, du, du, du. Oh, wa? Oh, uff. Äh, okay. Mega Fallgeist-Frosch. Die Frosch! Nein! Was sagst du? Es ist ziemlich Spaß, oder? Das ist schon witzig. Ich habe Wurz. Insofern, danke für deine Hilfe. Ich habe Wurz. Wurz. Ich habe Wurz. Du bist wie du engst. Rivet. Ich bin veranlas. Ich habe Wurz. Ich würde nicht so far. Rivet, Rivet. Hey! Rivet. Rivet, Rivet! Jede Belohnung ist ein Froschring. Okay, komm, ich probier's nochmal. Eine Minute 20. Die Welt ist in Gefahr, wo es klaut. Ja, Ribbit. Die ersten 30 sind ja eigentlich echte Pillow. Aber wenn wir die Platten verschwinden, dann... Genau das, ja. Bis zum nächsten Mal. Yaaahhh! Gitter, gitter! RIVBIT! RIVBIT! Gitter, gitter! Gitter, gitter! Gitter, gitter! Die-die-die-die-die-die-die! Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Das war ziemlich lustig. Gut, dann. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber alles erledigt in der Yunon-Region. Genau, es gibt nichts Besseres als mit mutierenden Kindern, so ein weirdes, komisches Spiel zu machen. Ja, das ist absolut richtig. Das war cool. Das hat echt Spaß gemacht gerade. Ja, Leute. Aber dann muss ich auch leider schon wieder weg für heute. Schade, dass wir nicht nach Yunon gekommen sind, also die Oberstadt, aber das wird auf jeden Fall dann morgen passieren. Aber für heute mache ich hier mal ein Save. Ja, nach wie vor super geil. Ich finde es auch cool, dass, also klar, so mehr oder weniger gibt es immer so die gleichen Sachen, die man macht in der Region. Also immer diese, diese, diese Handmobs, also diese speziellen, seltenen Gegner, die man halt jagt. Dann gibt es halt immer diese, diese Summon-Tempel da, also die die Beschwörung stärker macht und sowas. Aber es gibt halt auch immer so eine Quest, die halt was komplett anderes ist. Also wie es jetzt zum Beispiel das mit Fort Condor war, war es halt im ersten Gebiet, das mit den komischen, ähm, mit diesen komischen Dieben, da diese drei Handlanger, oder vier mittlerweile. Und, ja, keine Ahnung. Bisher immer noch mega geil. Also ich habe immer noch nichts auszusetzen an dem ganzen und einfach eine supergeile. So, wir gucken mal. Wir gucken mal, wen wir hier heute, äh, überfallen können mit einem Raid. Da 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 die Zeit geht auch immer so schnell rum, muss ich sagen. Es ist echt so. Also ich komme mir vor, als hätten wir vor, keine Ahnung, vielleicht einer halben Stunde angefangen zu streamen oder so. Aber es war halt weitaus mehr. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir unseren Leuten treu und, äh, genau, ich sehe nämlich, dass der gute Dennis auch heute schon wieder streamt. Dann reden wir einfach da wieder rüber. Den kennt ihr ja sowieso schon alle. Das passt dann. Nun denn, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich bin natürlich morgen wieder am Start. Wenn es dann wieder heißt FF7 Rebirth. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Aber ja, für heute beenden wir hier den Stream. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Hat mich wieder sehr gefreut. Es war mir eine Ehre. Wir raiden den, äh, TruePlecky. Guter Bekannter von mir. Ich würde fast schon sagen Kumpel. Auch ein Gamer. Jetzt sogar VTuber seit, äh, gar nicht mal allzu langer Zeit. Und, ähm, was macht der denn gerade eigentlich? Just chatting. Aber der hat bestimmt noch was. Der hat bestimmt noch was vor. Genau. Ja, ich wünsche euch auch einen angenehmen Abend, liebe Leute. Ähm, gehabt euch wohl. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu sehr wahrscheinlich mehr Final Fantasy VII. Wahrscheinlich wieder so um die gleiche Zeit. Äh, ihr könnt mit mir rechnen so ab ab 12 wahrscheinlich. 12, 13 Uhr. Genau wie heute. Und, äh, würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Aber jo, ansonsten schönen Abend. Und wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.